Das ist die erste Frage, die zweite Frage ist, droppe ich Frames? Nein, ich droppe keine Frames und ich streame mit 3000, obwohl ich 2700 bloß eingestellt habe. Sehr gut. Was uns zur nächste Frage bringt, läuft der Stree bei dir flüssig oder hast du gelegentlich Nachlade-Dingens? Also, musst du öfters nachladen. Bauen wir mal davon eine. Ich will mal kurz was gucken. Die ist schwarz, deswegen wird sie allein gelassen. So, Wohngebäude. Die Tore gehen... War ich das? Nee, das kann ich nicht gewesen sein. Ich doch nicht. Kann ich nicht, okay. Wo ist denn das Ding jetzt? Achso, okay. Das ist... Ach, das ist so ein... Das ist dieses komische Teil, das ich da auch... Aber das ist... Okay, vergiss es nicht. Das ist genau das, was ich auch habe. Was ist das denn? Eine Bombendrohne starten? Fliegt ein bisschen tief, hm? So. Das Ding fliegt wirklich ein bisschen tief, oder? Also, oder sieht das nur für mich so aus? Apropos tief fliegen. Also, ich brauche eine für das Teil. Noch zwei für das Zeug drumherum. Und dann noch ein paar für die... Luft... Äh, Gewäudeabwehrzeug. Scheiße. So, das ist dann übrigens... Der vorletzte Stream dieser Woche. Ich werde am Samstag voraussichtlich nochmal streamen. Da wird Ambas da gestreamt. Wenn es wen interessiert. Wenn die Videos bis dahin sind, sind wahrscheinlich eh noch nicht inkludiert, weil das jetzt ewig dauern wird. Bei der Menge, die ich gerade aufnehme. Wann bist du noch nicht aufgerüstet? Was zur Hölle? Ist alles noch gar nicht aufgerüstet. Meinst du, dass er da nachlädt, oder? Also, hast du da diese Nachladeanimation von Twitch, oder? Vier ist irgendwie da, aber er kommt da nicht ganz durch. Ihr blockiert vier. Geht mal da weg. Lass den doch mal da durch. Der will was in die Luft springen, der gute Mann. Wir wollen doch mal irgendwo hin mit dem Ding. Irgendwo hin. Da kommen sie nicht lang. Ich kann auch nur... Passiert, wenn ich das jetzt da reinschicke? Was kostet denn so ein Ding? Geht nicht mal so teuer, ne? So. Macht hier mal noch die Gatling dran. Oh, die sind schweineteuer, die Dinger. Und taugen nicht wirklich was, ne? Gut. Ne, Leck, okay. Achso, das heißt, es läuft... Es lädt nicht irgendwie ständig nach. Oder bin mir nicht ganz sicher, was er mit meint. Hallo? Ich habe scheinbar die maximale Einheitengröße erreicht. Ich kann auf jeden Fall nichts mehr hinzufügen. Sehr gut. Okay. Es geht nicht mehr. Ich kann sie nicht mehr hinzufügen. Ich habe wohl die Maximalgröße erreicht. Warte auf Befehle. Gut. Was heißt, ich soll mich auf mein Ziel konzentrieren? Tue ich doch die ganze Zeit. Ich konzentriere mich immer auf mein Ziel. Manchmal fahre ich halt ein bisschen drumrum, doch aber hey. Oh, weißt du, du bist jetzt mal keine... Du gehst jetzt mal dazu. Was habe ich dir noch nicht belegt? Warte auf Befehle. Röstest du dich mal um? Ach du Scheiße! Was macht ihr denn da für eine Scheiße? Jetzt habe ich Platz für noch eine Einheit. Das wäre jetzt wirklich nett, wenn ihr das nicht nochmal tun würdet. Die kosten mir kein Geld und nix. Was ist denn da der Haken? Ist sogar noch befördert. Selbstmordattentäter, die befördert sind. Sehr gut. Alles. Dein letzter Selbstmordanschlag war so erfolgreich, du wirst befördert. Einheit ist unter Beschluss. Einheit bereit. Einheit ist unter Beschluss. Aber hallo. Das muss doch Geld kosten, oder? Nein. Das muss doch irgendeinen Haken haben, diese Einheit. Ich finde die gerade nämlich ziemlich überpowered. Die können auch noch fahren, wenn die Dinge... Okay. Ich finde das schon ein bisschen über... Überpowered. Okay. Wollen wir uns mal nicht beschweren? Wir haben ja Zeit, ne? Nach der Mission würde ich übrigens, äh... Schluss machen. Ich drehe mich jetzt schon länger, als ich ursprünglich vorhatte. Und so lange wie ich spiele, wird die Mission wahrscheinlich noch zwei Stunden dauern. Töte das mal. Ich bin doch im Sack. Ich habe gerade eine neue Lieblingssache gefunden in dem Spiel. Vor allem, die halten auch noch gut was aus, so gegen... Äh, scheiße. So wollen wir das tun. Ach, die leben noch, okay. Sollten wir mal abstellen, glaube ich. So, leben sie jetzt noch. Leben immer noch. Und schon haben sie wieder neue. Ich finde diese Einheit überpowered. So, gut. Wollen wir mal gucken, was da draußen noch ist. Nicht, dass hier noch mehr so... Artillerie-Scheiße rumsteht. Die kann ich nämlich gar nicht gebrauchen. Wieso ist die 7 jetzt weiter vorne und... Naja. Dann ist die eben weiter vorne. Soll jetzt nicht so das Problem sein. So, da draußen ist gar nichts mehr. Auf dem Weg. Wollte ich gar nicht sagen. Da ist bestimmt noch was. Oh, ja. Wir räumen erst mal das... Ein Schwarmhaus von StarCraft II. Ich muss sagen, ich habe StarCraft II noch nicht gespielt. Ich kenne bloß das letzte Play von... Von, ähm... Oh, wie heißt der? Blackhand. Ja, überfahr die Gefangenen, Eddie. Die nehmen keine Gefangenen. Aber wobei, in StarCraft I gab es, glaube ich, auch so Viecher, die einfach irgendwo hingerannt sind und sie in die Luft gesprengt haben. Weiß nicht. StarCraft II will ich auch irgendwann mal spielen, aber da brauche ich ein Battle-Net-Account und einen ganzen Scheiß. Das werde ich, glaube ich, auch nicht streamen können. Das frisst dann schon ein bisschen... Ah, ah, ah. Mehr Leistung. Ich denke, du kannst dich ja stecken, ne? Hast du falsch gedacht, Kleiner. Auch in euch schicke ich mal darum. So. Euch schicke ich wieder darum. Man will ja wegen was wir sein Geld geboten haben, ne? StarCraft I will ich auch irgendwann mal... Okay, würde ich ja bitte mal da drum fahren? Das kann doch nicht so schwer sein, da jetzt einfach mal... Hallo? Ihr könnt da nicht rumfahren, wirklich nicht. Ihr wollt mich doch verarschen. Gut, fahr mal außen rum. Dann fahren wir eben außen rum. Wie komme ich da drauf? Hä? Wo denn? Scheiß drauf. Sind die auch noch voll befördert? Sehr schön. Merk dich mal in die... Das war, glaube ich, jetzt nicht so... Okay, gegen Gebäude ist das scheinbar nicht so effizient. Muss ja irgendeinen Haken haben, ne? Egal, Karl. Wir haben hier eine Armee stehen und... Wir haben reichlich... Naja, reichlich Kohle nicht, aber... Bei will ich StarCraft überhaupt spielen? Ich habe das als recht schwierig in Erinnerung. Naja... So, ignoriert einfach mal die ganzen... Kriegsgefangenen, die da rumliegen. Die überfahrt ihr einfach und... Alles wird gut. Warum schreibst du StarCraft mit K und ich mit C? Warum hast du StarCraft? Deutsche Edition! Wie sieht er durchs Gebäude fliegen? Oder... Da durchs Gebäude... Geschoben werden vom Spiel. So, was ist denn da hinten noch so? Gucken wir uns die Scheiße doch erstmal an. Ah, da ist irgendein Mörserle. Den ignorieren wir jetzt mal ein bisschen. Okay, den ignorieren wir lieber nicht mehr, weil sonst kommen wir hier nicht mehr weit. Was mich zur nächsten Frage bringt, ähm... Komme ich mit denen da durch? Nein. Ich müsste erstmal eine Verteidigung abreißen, aber das möchte ich ehrlich gesagt lieber nicht. Das möchten wir nicht. Aber wir möchten ja auch noch... So, ich habe keine Ahnung, wie viel Platz ich noch habe. Ich habe nochmal Platz gemacht. Mit Carval dumm. Ich bin nicht dumm. Ich bin bloß geistig zurückgeblieben. Nein, Moment. Ach du, du meinst ja dich. Ja, natürlich. Wusste ich gleich. Aber wir wussten, dass du dich meinst. Und weg mit dem. Ich bin bloß. Warte auf Befehle. Ja. Ihr habt eine Gatling. Was wollt ihr überhaupt? Äh, was? Da... Da war ein Helikopter. Jetzt ist er weg. Ich... Was zur Hölle? Da steht doch schon irgendwo Scheiße, die mich beschießt. Natürlich steht da Scheiße, die mich beschießt. Sonst würde ich ja keine Fahrzeuge verlieren. Hallo? Schießt ihr mal mit irgendwas auf das Ding? Wo fährst du denn schon dahin? Du fährst mal weg. Ihr fahrt da mal her. Oder lauft mal her. Oder... Schießt da mal alles tot. Komm. So, ist hier alles jetzt frisch? Hier ist alles frisch. So, euch möchte ich ungern verlieren. Also bleibt ihr mal da. Und ihr fahrt mal nicht so weit auseinander. Hört ihr auf? Nein! Ui! Okay, das zerstören wir mal besser. Ich hasse diese Dinger. Sammelt euch doch mal irgendwie. Oder tut so, als ob ihr euch sammeln könntet. Ob ihr das... Nein! Ihr sollt doch nicht noch mehr locken. So, würde ich ja bitte jetzt mal irgendwie hier wieder hinfahren. Ich glaube, das wird nichts mehr. Wir gehen los. Da hin jetzt, verdammt. Fangen wir da hinten hin. Nein! Wie fährst denn da? Mann! Wegfindung. Ist das so schwer, eine halbwegs brauchbare Wegfindung in Strategiespielen zu entwickeln? Also in Echtzeit-Strategiespielen? Bewege Drohne zu neuen Koordinaten. Jetzt muss ich mal wieder an einem vollbeförderten Drohnen arbeiten. Drohne unterwegs. Sag mal dem da Hallo. Ja, das ist... Ja. Ah. Drohne unterwegs. Wenn der Feind nicht auch so scheiße bauen dürfte, so... Bewege Drohne zu neuen Koordinaten. Drohne unterwegs. Ah, fahr mal da zu dem Turm. Zu Ihren Diensten. Frage ist jetzt, habe ich jetzt noch genug Einheiten, um mich mit noch mehr Helikoptern zu messen? Das ist eine sehr gute Frage. Was habe ich jetzt noch für Ziele? Gar keine mehr. Sehr gut. Ich habe keine Ziele mehr. Wir finden bestimmt irgendwas noch, was wir in die Luft jagen können. Ach, was macht ihr denn jetzt schon wieder? Was habt ihr jetzt schon wieder gemacht? Ich will es gar nicht so genau wissen, glaube ich. So, also da hinten war irgendwo noch ein Helikopter? Oder ist der jetzt abgehauen? Und tschüss. Kann man denn so unfähig noch sein? Apropos unfähig. Fahrt mal da her. Du fährst da. Apropos da. Ich habe da unten ja noch Verstärkung. So ein bisschen. Und den Rest baue ich dann da oben hin wieder. Das Tor ist noch zu und wenn nicht, habe ich da Argumente, um es nicht aufzumachen. Die kommen natürlich praktischerweise herum. Baufahrzeuge sind klüger als die Panzerfahrer. Das sagt jetzt viel über die Panzerfahrer aus. Oh nein, die habe ich ja auch noch. Ja, komm. Geht mal da ins Gebäude. Ich weiß nicht, was ich sonst mit euch machen soll. So ist das auf sofort drei, weil ihr toll seid. Und dann vorwärts mit euch. So, jetzt möchte ich mal ganz schnell sowas bauen. Mach mal ein Stück vor, damit du die reparieren kannst. Nein, 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 nein. Die haben doch so Tanker stehen. Wieso habe ich die nicht gesehen? Fick dich. Fick dich doch mal. Ach nee. Darf ich die? Nein. Das ist ja noch was. Oh, ganz toll. Da habe ich sonst nichts zu tun. Ich habe spontan gedacht, ich habe eh nichts zu tun. Da kann ich ja problemlos hier mal. Sollte noch mehr von den Dingern bauen. Ich glaube nicht, dass in diesen Baufahrzeugen Ingenieure drin sitzen. Auf einer Rie. Am wenigstens muss man das Zeug nicht alles manuell wegschieben. Was jetzt so hingestellt klug ist, ist wieder eine andere Sache. Ziele, was denn? Südliches Gebäude schützen. Wo ist denn das? Oh, herrweil. Genau, was ich mir gewünscht habe. Machen wir mehr Truppen. Das habe ich mir jetzt so nicht vorgestellt. Panzer, Panzer, Panzer. 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 Ich werde schon irgendwas angegriffen. Das ist doch kein Angriff nicht. Das ist ein beschissenes, hässliches Ding, das ein bisschen dumm in der Gegend rumschießt. Ich will da mal noch ein zweites Ding haben. Gut, das... Warum fahren die manchmal nicht los? Ich weiß es nicht. Ich bin aber ganz froh, dass sie es manchmal nicht tun. Oh, ihr lebt noch. Okay, jetzt habe ich hier hinten noch irgendwo die Öl. Perfekt. Tanken. Ich muss jetzt erst mal... Ich muss jetzt ganz schnell mal so ein bisschen Zeug und so machen.